Die Weltmeisterin im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen, ihr bestes Resultat in einer Weltcup-Abfahrt. Und das 24 Stunden nach ihrem 23. Platz bei der gestrigen ersten Abfahrt in Garmisch. Ja, also gestern war wirklich die Sache für mich, weil ich konnte Skifahren, das war sie, und ich habe es einfach nicht auf den Punkt gebracht. Und ich bin ins Zimmer, habe mich so geregelt, und habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach wieder auf das zurückkommen, was ich eigentlich am besten fand. Und das ist mir einfach nicht so viele Gedanken zu machen am Start. Und dann einfach auf gut einschlucken vollfahren.